Von welchem Anbau die wohl gesprochen haben? Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Der Kalle für euch am Mikrofon aus Uncharted 4. Hier waren wir stehen geblieben in der letzten Folge. Und da schauen wir auch, dass wir hier weiterkommen. Kam jetzt eine ganze Weile keine Folge. Ich weiß, war so beschäftigt mit anderen Games. Von daher müssen wir mal schauen, können wir denn hier... Ah, ich glaube, hier können wir uns fallen lassen. So sieht es auch aus. Okay, sehr cool. Was haben wir denn hier alles? Gibt es hier was Interessantes? Das interessiert uns anscheinend nicht. Okay. Ah ja, hier können wir weiter. Jetzt sind wir weitergesprungen, wie ich wollte. Sehr cool. Jetzt könnten wir eigentlich hier hoch, ne? Ne, kommen wir nicht. Was haben wir denn hier? Hier muss es irgendwo hochgehen. Ja, etwas zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Ha, das steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt, du besitzt dein Trampolin? Schön wär's. Da oben ist was. Seht ihr es? Da oben steht was. Was man sicherlich hier runterholen kann. Ja. Ähm, die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Wir könnten es mal hier probieren. Aber hier hat auch angezeigt, wir sollen L3 drücken. Gedrückt halten und, äh, ja. So, höher kommen wir aber hier nicht. Au. Wir können uns hier nur schwingen. Runter ist auch keine Option. L3. Hier war er. Da unten. Da hinten ist ein Pfad. Okay, dann müssen wir vielleicht doch hier... Ah. So. So funktioniert's. Nein! Der Kalle war wieder der alte Nerd, ey. Schön abgestürzt. Oh, wir probieren's gleich nochmal. So. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen runter. So. Au. Jetzt aber. Sehr cool. So, jetzt müssen wir hier rüber. Nämlich an. So ist es. Genau, jetzt kommen wir auch hier hoch. Da geht's lang. Genau, und jetzt können wir nämlich das Teil hier runter... runter, äh, werfen. Warte. Warte. Oh, gestaunet. Oh. Oh. Nix kann. Kiste unterwegs. Nein. Come on. So. Die parken wir jetzt natürlich hier. So. Jetzt geht's hier hoch. Oh. Oh. Verdammt. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. Hm. Also, das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Der Obst steht wieder in der Kiste. Dafür haben die Jahre gebraucht. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Brücke kaputt. Suchen wir einen anderen Weg. Einen anderen Weg. Mein Spezialgebiet. So, da drüben steht was. Das sieht interessant aus. Ich meine, alles kaputt hier. Hier irgendwie... Nö. Nö. Hier drüben. Ah, hier. Hier, hier, hier. Ich will schon tief gehen. Du meinst jetzt hier so runter? Alter, tu doch langsam. Zum Glück bist du nicht schwerer als die Kiste. Okay. Geschafft. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Genau. Wir hängen unsere Seile daran. Und das geht. Okay. Passt auf, wenn wir das Teil jetzt hier vorne... Ja, wenn ich es denn mal hinkriegen würde. So. Hier hin. Genau. Das ist das, was soll das doch gehen. Ja, sehr schön Du warst aber schnell hier, Freund So, hier geht's weiter Oh, da war nix Bisschen vorsichtig sein hier Hier hoch Sieht doch gut aus Komm, hoch Hier Ich seh nix, du rennst mir von der Linse rum, Freund Ich glaub, hier können wir runter Ja Ja, das ist ne gute Frage Das ist ne sehr gute Frage Wie kommen wir da rüber? Ähm Also hier klettern kann man ja schon mal vergessen Oder hier Kann man hier klettern? Hier kommen wir runter Genau Was ist denn hier? Da liegt was Was ist das? Lesen April 1701 Ich habe den Angriff des Ostindienfahrers Pembroke überlebt Aber das hier werde ich nicht überleben Mein Bein ist gebrochen Und meine Crew Zu feige einen Fuß in diese gottverdammten Höhlen zu setzen Hört meine Hilferufe nicht Wer hätte gedacht, dass meine Taten mich hierher bringen würden Meine Taten mich hierher bringen würden Um einen unehrenhaften Tod fern von zu Hause zu sterben Meine Taten, Alter Möge Gott persönlich dich verfluchen Henry, Avery Und möge mein Geist dich für den Rest deines Lebens heimsuchen So Hat er noch ein Briefchen schreiben können Der Boy, ne? Tja Neh mal mit den Brief So ganz klar Meine Tanten, Alter Da könnte ich mich jetzt köstlich drüber amüsieren, ey So, hier balancieren wir mal drüber Holzwippending, was für ein Holzwippending So, das Teil hier Oh shit Da gehe ich doch jetzt 100% drauf Ach was Wie wäre es, wenn du mal raufkommst? Zurück Ich drücke ihn runter Okay Warum spritze ich denn jetzt hier ab? Nein, das geht nicht Das geht nicht Ja, ich Oh, der Kall hat es mal wieder voll drauf Merkt ihr? Kann ich eigentlich rennen? Das kannst du vergessen Da komme ich doch nie hoch Ah Falsche Taste Oh Leute Geht wieder ab hier Geht wieder gut ab Schießen bringt halt auch nichts, ne? Hey Ja, ich hätte es halt gleich so machen können Wow, 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 wow Ah, ich glaube hier können wir uns festhalten Gut So Genau, ein Gewicht für die Wippe Mehrere als ich So So Wie lade ich nochmal nach? Ah ja, genau. Dreieck. Ich habe jetzt eine Weile nicht gespielt, meine Lieben. Hier habe ich nicht mehr mehr Schuss. Okay. So, sehr schön. Und nur ist er drüben und ich muss wieder hier runter, oder wie? Sehe ich das. Oh, oh, oh. War ja klar, dass es bei mir in die Hose geht. Danke. Ein weiterer Test erledigt. Im Moment wäre mir hier eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Okay. Die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt. Wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests? Also irgendwas übersehen wir. Oder Avery war sehr, sehr langweilig. So. Da kommt doch wieder was bei rum. Dann gewöhn' ich mich nie. Schon wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelstände dran, was? Oh, oh, oh. Nicht anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Ist das einzig wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay. Also... Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Na ja, ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay. Aber nur eine. Habgier. Schon klar. Bitte sei keine Falle. Ui. Was geht denn da ab? Wow. Erkennst du die Form? Das ist Madagaskar. Da. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Ich meine Kings Bay. Toll. Und was dann? Der Nordpol. Das Weltall. Nathan. Wer würdig ist... ...den erwartet das Paradies. Er... Er suchte Leute. Wer suchte... ...Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Ah, Scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht. Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß Sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay. Ja, aber... Wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden. Aber... Es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Na ja, ein Kruzifix stellt das Kreuz dar. An dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Das schießt Sie! Wisseές Years Die Kruzifix